Hallo, ich bin Andreas Hedrich und Teil der Festivalleitung von PLAY, Creative Gaming Festival. Ich versuche die Fäden in der Hand zu behalten, vor allen Dingen was die finanzielle Abwicklung des Festivals angeht, aber auch Kontakt zu den Partnern zu halten, zu den vielen Unterstützern und Kooperationspartnern, die dieses Festival dieses Jahr hat. Und habe mich darum gekümmert, dass es diese vielen tollen Orte gibt, die dieses Jahr das Festival beherbergen. Ich muss sagen, ich liebe dieses Festival deshalb so und das auch schon seit neun Jahren, seit es das gibt, weil erstmal die Leute, die es machen, total verrückt sind, das überhaupt zu machen, aber weil hier digitale Spielkultur sichtbar und anfassbar wird und weil ich hier erleben kann, was es eigentlich heißt, die Perspektive zu wechseln, Games aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. Und ich liebe das Publikum, die Menschen, die sich genau damit auseinandersetzen und auseinandersetzen wollen. Und ich freue mich auf viele weitere Jahre PLAY.